Das AOK-Darm-ABC. T wie Tumor. Drei Gründe, um auf die Darmkrebsvorsorge zu verzichten. Es gibt keinen. Auch im Darm können Tumore wachsen. Tatsächlich ist Darmkrebs einer der häufigsten Krebsarten. Schauen wir uns das mal genauer an. Meistens bildet sich aus den Drüsenzellen der Darmschleimhaut, die das Innere des Darms auskleidet, zunächst eine gutartige Geschwulst, ein Adenom. Über die Zeit kann sich daraus dann ein bösartiger Tumor entwickeln. Das Fiese, davon kriegst du jahrelang nichts mit. Im schlimmsten Fall wirst du erst nervös, wenn dir Blut im Stuhl aufhält oder es zu Beschwerden, wie Verstopfung oder Durchfall kommt. Und das ist dann ziemlich spät. Die gute Nachricht, die Heilungschancen sind super, wenn du rechtzeitig untersucht wirst. Bis zu 90 Prozent der Patientinnen und Patienten können dann geheilt werden. Wann das beste Alter für den Darmcheck ist und was du für deine Darmgesundheit tun kannst, erfährst du auf aok.de.